Kleine Nebensache bevor das Video startet, ich streame momentan oft mit Facecam, was heißt oft mit Facecam, ich streame jetzt eigentlich fast immer mit Facecam, wenn ich streame und auf jeden Fall streame ich jetzt auch öfters, also wenn ihr vorbeischauen wollt, Twitch Link ist in der Beschreibung und steht wahrscheinlich jetzt auch hier so im Screen in so weiß auf schwarz, ja, enjoy. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich spiele in Fortnite obviously, Standardort ist natürlich Tilted, ist irgendwie zu meinen Links ausgeworfen, ich weiß nicht wieso, aber ich will einfach Action und ich spiele lieber auf Kills als auf Win, ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich besser, wenn ich Kills mache, ja, ich habe meinen LPS so halbwegs gefixt, sieht man hier zwar nicht an, aber wenn ich so in Tilted drin bin, dann ist es auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall spielbar, sagen wir es mal so, aber außerhalb von Tilted, dann geht es eigentlich sehr gut sogar, ohne Spaß, da habe ich echt keine Probleme, da ist irgendwie so 180 FPS, auf jeden Fall ausreichend, und ich bin falsch, komplett, kommt, яин disso, ich bin schlecht, komm komm, komm komm, oh mein Gott, 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 Was zum.. Aim ist.. Da auf jeden Fall? Ha! Was ist das denn? Nein, 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 nein... Wo ist der? Ich hab schon gesagt, dass Jack-tehr wäre. Ha, scheiß mal auf beides, oder? Problematisch, problematisch. Sind gerade meine Verbände unsichtbar geworden? Felle mich auch. Wir machen einfach mal ein Single Pump. Ha, ha, ha. Okay. Oh, shit. Oh. Oh. Oh, ho, ho. Ich glaube, ich bin doch lieber Double Pump. Weil... Ich merke... Keine Ahnung von wo. Keine Ahnung. Ich will hier erst mal. Wo bist du? Ich will hier im Haus. Aber... Aber... Oder vielleicht... Scheiß. Purs Glück. I don't know. Gegner... Oh. Er steppt wieder. Mann. Komm doch raus. Nein, 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 nein. Oh. Fuck. Oh, ho, 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 ho. Oh, Junge. Als ob er einfach die Disco Kugel will. Jetzt habe ich ein gewaltiges Problem. Ich habe gar nichts mehr zu... Hier. Ja, wir finden schon was. Man filtert jetzt immer irgendwo eine Kiste. Ah, fuck. Wir flippieren, wir flippieren, wir flippieren. 33. Schade. Ha!